Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Ich hatte euch ja im letzten Video schon versprochen, es gibt ein Q&A, wurde hochgeladen. Und ich habe hier einmal zusammengetragen, was das Spannendste aus diesem Q&A ist, gerade auch für die Zukunft. Es gibt ein paar Dinge, die sehr, sehr spannend sind. Deswegen lebt euch zurück, nehmt euch ein kaltes Getränk oder was zu essen. Und wir gehen zusammen durch dieses Q&A, weil da wirklich ein paar spannende Sachen bei sind. Erstmal, um euch wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen. Wir sind aktuell in Season 1. Season 2 kommt am 5. Dezember, ist schon bestätigt. Das heißt, am 5. Dezember, so ist zumindest der Plan, wird Season 2 auf uns zukommen. Ich hatte ja schon öfters mal erzählt, was da kommt. Darum soll es heute nicht gehen. Aber dass ihr schon mal wisst, am 5. Dezember geht es dann rein in Season 2. Im Hintergrund einmal meine Dailies und auch ein wenig die Sondereinsätze. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen zwischendurch schauen, damit das nicht zu trocken wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Q&A. Am Anfang will ich ein bisschen auf Sachen eingehen, die nicht so spannend sind. Allgemein auch, ich werde nicht auf alles eingehen, weil Dinge auch abgelehnt wurden oder worüber gar nicht gesprochen wird. Und die interessant sind auch für uns, die ich selber nicht so spannend finde. Deswegen würde ich sagen, fangen wir am Anfang erst mit den Dingen an, die vermutlich reinkommen, aber nicht ganz so spannend sind. Da fällt mir als erstes ein, der Foto-Modus. Da geht es um Screenshots von dem Spiel allgemein, wo ich nicht ganz verstehe, wieso man überhaupt noch einen Screenshot-Modus braucht. Ich bin eh keiner, der das viel nutzt. Wenn, kann man einfach bei der Playstation und auch beim PC und ich glaube bei der Xbox auch, würde mich wundern, wenn nicht, einfach so einen Screenshot machen. Ich meine, selbst bei der Switch geht das. Deswegen finde ich das tatsächlich nicht so spannend. Ich bin nie so ein Fan vom Foto-Modus, aber ja, der Entwickler hat gesagt, wir sind dran und wir schauen mal, ob da in der Zukunft was kommen wird. Vor einigen Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, hatten wir mal über das Thema Trading gesprochen. Das Ganze wurde jetzt quasi so ein wenig gelöst mit Ether 0. Aber die Frage kam wieder auf, ey, was ist mit dem Trading-System Player-to-Player, das heißt zwischen den Spielern. Und der Entwickler ist da ein bisschen abgeneigt. Sie wollen weiter schauen, wie sich das Ganze entwickelt und darauf warten, ja, wie sie das Ganze vielleicht einführen könnten. Aber es ist aktuell nicht absehbar, wann das ins Spiel reinkommt. Sie haben nicht klar gesagt, dass sie Nein sagen zum Trading-System. Aber, ja, zur aktuellen Zeit wissen Sie noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre, sowas im Spiel zu implementieren. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche kein Trade-Spieler-to-Spieler-System. Ich bin super happy, so wie es aktuell ist, mit Ether 0. Einmal die Woche hat man Glück, da was Cooles kaufen zu können. Oder ansonsten muss man halt alles selber erfahren. Bin ich absolut fein mit. Ich brauche kein Player-to-Player-Trade-System. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Jetzt mit der Ether 0-Geschichte. Ob ihr immer noch der Meinung seid, dass ein Trade-System eigentlich ganz gut wäre im Spiel. Oder auch eher so auf dem Stand seid, wie ich, dass Trading eigentlich aktuell gar nicht so wichtig ist. Eine Sache, die ich ganz cool finde, was mich auch in der Vergangenheit ein wenig gestört hat, waren die Skins, die man im Shop kaufen konnte. Vor allen Dingen diese Bundles, gerade bei den Ultimate-Charactern. Da war es zwar immer so, dass man, wenn man einen Ultimate-Character hatte, so wie ich es ja auch gemacht hatte, mit Ultimate Trainer, konnte man dann dieses Bundle trotzdem kaufen. Und der Preis für den Character wurde quasi rausgerechnet. Aber, ja, der Entwickler hat gesagt, ja, sehen wir ein, dass das nicht so cool ist. Wir werden machen, dass sowohl alte Skins verfügbar sein werden. Das wurde auch ein bisschen moniert, dass alte Skins nicht mehr verfügbar sind. Ich erinnere mich da an diesen Haus, Frauenhaus, Putzfrau-Look, der ja wieder raus ist, der nur am Anfang da war. Wo sich viele, ja, jetzt beklagen, die jetzt vielleicht erst mit dem Spiel starten, den sehen und den nicht kaufen können. Ja, die normalen Skins werden in Zukunft wieder mit reinkommen. Ausgeschlossen sind Seasonal Skins, das heißt jetzt zum Beispiel zu Halloween. Irgendwelche Halloween-Skins sind auch wirklich nur zu Halloween da und werden dann nicht mehr verfügbar sein. Aber alle normalen Skins sollten dann in Zukunft immer verfügbar sein. Und auch die Preise werden wahrscheinlich ein wenig reduziert werden bei bestimmten Skins. Also gerade wahrscheinlich die teuren Skins werden vielleicht ein paar Euro günstiger werden. Auf jeden Fall ganz cool, dass mit Season 2 kommt das Ganze, das ganze Skin-Thema noch ein wenig reworked wird. Alte Skins werden verfügbar sein und auch etwas günstiger sein. Es gibt auch nicht mehr diese krassen Bundles, finde ich ganz cool. Dazu auch noch eine kleine Randnotiz. In Season 2 wird es im Battle Pass vermutlich mehr und ausgefallenere Skins geben. Ja, was wissen wir noch nicht, aber es wird wohl im Battle Pass 2 mehr coole Skins geben. Und der Battle Pass an sich wird nochmal eine Ecke interessanter werden für die Leute. Die haben ja von Season 0 zu Season 1 schon einiges reingepackt, was cool war. Und zu Season 2 soll der Battle Pass da auf jeden Fall nochmal besser werden. Eine Sache, die glaube ich auch viele freut, auch für Thema Skins. Ab Season 2 wird es so sein, dass ihr Charakter ohne Skin anmalen könnt. Das heißt, die normalen Skins der Charakter, ich erinnere, ich denke da zum Beispiel an Ultimate Bunny, da kann man den Skin dann auch anmalen. Das finde ich ganz cool, dass sie das gemacht haben, haben sich viele Leute gewünscht, ich tatsächlich auch. Ich bin nicht so in dem Farbenthema drin, aber ich finde es immer cool. Vielleicht eine kleine Anekdote. Als ich The First Zen das erste Mal gestartet habe, damals mit Joe mit meinem Mod, und wir das erste Mal in Albion waren, dachte ich, oh mein Gott, hier sieht ja jeder gleich aus, weil es ja am Anfang drei Charakter gab. Alle sahen gleich aus, es waren nur Lapix, nur Viestas unterwegs und ganz wenig andere. Und ich finde es ganz cool, wenn man seinen Charakter customisen kann. Das ist auch jetzt schon so, dass wenn ihr mal in Albion umherlauft, seht ihr keinen Charakter, der gleich aussieht wie jemand anderes. Aber ich finde es ganz cool, dass sie es nochmal eine Stufe weiter treiben und jemand, der gerade das Spiel startet, heute, und sich Lapix nimmt oder Viestas, kann er sofort in seiner allerersten Minute in die Erscheinung gehen, in diese personalisieren und seinen Charakter so anmalen, wie er das gerne möchte. Und ich finde, das gibt einfach nochmal ein bisschen Freiheit in der Gestaltung. Ist keine große Sache, ändert nichts am Spiel, aber finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass das mit reinkommt. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Und einerseits das Kombinieren-Feature. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen so viele Module kombiniert, so weit kann ich gar nicht zählen. Und es soll bald, schon vor C2, ein Hotfix kommen. Vielleicht ist der Hotfix sogar schon draußen, wo ich das Video aufnehme, ich denke aber nicht. Aber es soll ein Hotfix kommen, der dafür sorgt, dass man die Module schneller kombinieren kann, automatisch kombinieren kann. Wie genau, müssen wir abwarten. Aber da wird es Improvements geben, Verbesserungen, dass das Kombinieren schneller und einfacher geht. Erinnert ihr euch noch an die 5 Minuten Außenpostenzeit, die reduziert wurde auf 1 Minute? Seitdem gab es keine Änderung. Bei dem leeren Fragmentreaktor gab es Änderungen. Dort wurden ganz oft die Fragmente umgetauscht. Die Menge an Fragmenten, die man braucht. Die Menge an Fragmenten, die man bekommt. Die unterschiedlichen Fragmente, die man braucht, um das zu zünden, wurde geändert. Es gibt nur noch ein Fragment, das man braucht. Und in dem Gebiet, dessen Fragment man braucht, kriegt man das Fragment. Und auch Fragmente gibt es auch in den Wellen und, 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 und. Aber was seitdem sich nicht geändert hat, ist das ganze Außenposten-Ding. Und da soll wohl Arbeit reinfließen und da soll was geändert werden. Die Ideen sind da, aber man weiß noch nicht genau, was man machen wird. Ob man macht, dass man vielleicht mehr bekommt oder eine höhere Chance, umso länger man in diesem Outposten ist, umso mehr Gegner besiegt. Ja, wie das Ganze aussehen wird, wissen wir noch nicht. Aber es wird in der näheren Zukunft, vielleicht Season 2, Änderungen zum Außenposten geben, dass der wieder mehr Spaß macht. Auch, dass das Infiltrieren nur mit Sharon funktioniert, ist ein Dorn am Auge. Und ja, da sollen einige Dinge geändert werden. Können wir auf jeden Fall gespannt sein, was mit den Außenposten passiert. Es gab ja den Valby Run, es gab ganz viel mit Sharon. Und, also, auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es ganz gut, dass in den Outpost da nochmal Änderungen kommen. Bislang gab es da ja eigentlich nicht so viel, außer, dass die Zeit von 5 Minuten auf eine Minute runtergesetzt wurde. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Herzstück dieses Q&As. Und zwar den Drop-Raten bei Morphen, aber auch bei Monster-Drops. Und ihr kennt das, ne? 20% Drop-Chance fühlt sich manchmal nicht an wie eine 20% Drop-Chance. Manche Spieler kriegen das beim ersten Mal, manche aber auch nach 10 Mal noch nicht. Und, overall, über den ganzen Server gesehen, ist es diese 20%. Aber es ist ja natürlich in der Natur der Sache, dass manche Leute das Ding, was sie wollen, direkt bekommen. Und manche eben erst nach 10 Malen. Und da wird einiges dran geändert. Das Ganze nennen sie das Target Reward System. Und sorgt dafür, dass ihr euch quasi mit einer Mission aussuchen könnt, was ihr haben wollt. Und wenn ihr das öfter lauft und öfter macht, werdet ihr auch auf jeden Fall diese Belohnung bekommen. Außerdem wird es neue Stabilisatoren geben, verbesserte Stabilisatoren, wo ihr, ich denke mal, so wie es auch in der Beta war, aussuchen könnt, was für ein Item ihr erhöhen wollt. Und nicht, dass overall manche runtergezogen werden, die Prozentung bei manchen hochgezogen. Sondern sagen wir mal, ihr wollt das 36% oder 32% Item haben, dann könnt ihr das vielleicht hochsehen auf 70%. Finde ich auf jeden Fall cool. Schade nur, dass es sich hierbei um Limited Time Event Rewards handelt. Ich hoffe, dass man die A, farmen kann, diese Stabilisatoren. Und B, diese auch lang halten. Also, dass sie nicht irgendwie nach 30 Tagen ablaufen. Oder, dass man die unbedingt zünden muss. Oder, dass sie nur dreimal im Inventar sein können. So wie es mit den normalen Stabilisatoren eine lange Zeit war, wo man nur 6 Stück haben kann. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Erstmal, dass so ein Target Rewards System reinkommt und neue Stabilisatoren. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Eine Sache, die mich auch schon seit langem stört, ist ja die Kollision zwischen Spielern. Und gerade, wenn jetzt die großen Dungeons und so kommen, hatte ich gehofft, dass das vielleicht entfernt wird. Aber es ist leider nicht so. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie das aktuell so lassen, wie es ist. Aber auch versprochen, dass sie in der Zukunft sich das Ganze nochmal anschauen. Falls es nochmal Thema ist. Und schauen, was man da eventuell machen kann. Oder da das vielleicht rausnehmen. Aber aktuell wird es leider so bleiben, dass die Kollision zwischen Spielern so bleibt, wie es ist. Das finde ich tatsächlich schade. Und ich verstehe auch den Punkt nicht, wieso man das macht. Sie sagen, es gibt viele Aspekte, die man da beachten muss. Aber meiner Meinung nach würde das ganze Gameplay besser und schöner sein, wenn es diese Kollision zwischen Spielern nicht gibt. Man kann ja auch andere Spieler hooken. Das verstehe ich auch nicht. Es gibt ja auch kein PvP oder sowas. Also ich finde die Kollision zwischen Spielern nicht so gut. Aber leider wird das in der näheren Zukunft so bleiben. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Der Rest war alles nicht ganz so spannend. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Es wird sowas wie eine Fokusgruppen, eine Testgruppe geben, die Dinge aus unserer Sicht testen wird, um den Entwickler dann, ja, Hilfe und Feedback zu geben. Ich werde versuchen, in diese Gruppe reinzukommen, kann aber da natürlich nichts versprechen. Das Ganze soll speziell für Season 2 sein. Wenn ich da neue Informationen habe, dann erfahrt ihr sie auf jeden Fall sofort von mir. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Wenn ihr allgemein nichts zu The 30 Cent verpassen wollt, dann natürlich auch ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr zu diesem Q&A sagt. Ich finde, da sind schon ein paar interessante Dinge drin, die jetzt nicht unbedingt was mit Season 2 zu tun haben, sondern mit dem Overall-Spielerlebnis im Spiel. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten natürlich wie immer ein Like auf dem Video lasst und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.